Eins ist klar, es ist so etwas wie ein kleines, vorgezogenes Finale für den FC Liverpool. Immerhin amtierender Champions-League-Sieger ist im letzten Gruppenspiel bei RB Salzburg alles drin. Vom Gruppensieg bis zum vorzeitigen Ausscheiden aus der Königsklasse. Druck, Anspannung, Erwartungshaltung, nichts ganz Ungewohntes beim englischen Tabellenführer. Es ist immer dasselbe, wir müssen abliefern und ein Ergebnis erzielen, um in die nächste Runde zu kommen. Wir haben schon oft bewiesen, dass wir das können, aber das bedeutet nicht, dass es leicht werden wird oder dass wir es garantiert schaffen werden. Wir haben von den Erfahrungen gelernt und wir wissen, was wir zu tun haben. Es wird schwierig, ja, aber wir sind auch selbstbewusst und vertrauen auf unsere Fähigkeiten. Und wenn wir das abrufen, was wir können, werden wir ein gutes Ergebnis erzielen. Sprachs und Wirt umgehend vom Dolmetscher für die österreichischen Journalisten übersetzt. Sinngemäß allerdings ungenügend, findet der Trainer Jürgen Klopp, not amused. Das ist natürlich scheiße, wenn ein deutsch sprechender Trainer nebendran sitzt. Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir die Champions League gewonnen haben, dass wir es in Situationen wie dieser bisher immer geliefert haben. Und er hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen, sondern wir sind uns bewusst der Schwere der Aufgabe, der ganz normale Zeug. Also schon zuhören, sonst kann ich es auch übersetzen, das ist ja nicht so schwer. So, I'm in a competition mood already, I can't tell you. Wettkampfmodus in Salzburg. Dem FC Liverpool reicht zwar ein Remis fürs Achtelfinale, darauf zu spekulieren, eher untypisch. Klopp und Co. wollen den Gruppensieg. Es ist ein Finale, das wissen wir seit zwei Wochen und wir sind vorbereitet. Salzburg muss gegen uns gewinnen, muss gegen Liverpool gewinnen. Es ist möglich, weil es Fußball ist, aber wir sind nicht der typische Champions League-Gewinner letztes Jahr oder der typische Finalist vor zwei Jahren. Wir sind immer noch ehrgeizig wie verrückt. Wir werden wieder alles geben, wir werden um unser Leben rennen, das sind wir. Wir kommen nicht her und denken, dass wir Salzburg dominieren müssen, aber wir werden kämpfen, 100 Prozent. Showdown in Salzburg, vom Gruppensieg bis zum Champions League aus, alles drin für den FC Liverpool. Das ist ein Finale, das ist ein Finale.